Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dragon Ball irgendeinem Spielkämpfer. Äh, was denn Walkthrough ist und kein Display? Telepathie erhalten. Man kriegt aber auch jede Maßweite anderes, glaube ich. Naja. Naja, er kann sich nicht wegrollen. Doof. So, jetzt komme ich hier ran. Speer erhalten. So, ich glaube, ich habe jetzt alles. War hier nicht vorher der Dragon Ball und hier nahm ich einen kleinen Schuss doch oder so? Nur, dass hier jetzt mehr Wasser ist? Hm. Los geht's. Ja. Schnell. Boah, der ist plötzlich so dunkel. Als der Drache erschien, sah es genau so aus. Der Planet ist in Gefahr. Schnell. Ich habe Piccolo fast einmal in Ki gegeben, deshalb kann ich nicht so schnell. Hey, ich sage nicht so ein Waschlappen. Was? Wo sind die hier? Was ist passiert? Piccolo, Dender. Wach auf, bitte. Okay, Leute, das ist die Erde. Ich erzähle euch, was passiert ist. Bevor ich wieder sterbe. Over-Eltester? Mein Wunsch wurde von den Irrschen Dragon Balls erfüllt. Ich hatte mir gewünscht, dass alle von Freeza getöteten wieder lebendig würden. Deshalb kehrten wir zurück. Ich dachte, der Over-Eltester sei dazu verdammt zu sterben. Man kann jemanden, der zum Tode verdammt ist, nicht wiederbeleben. Das Samt-Treffen mit Freeza hat mein Leben verkürzt. So kann ich den verlorenen Teil zurückerlangen. Polungas Rückkehr, der dritte Wunsch. Armeck begann wegen Freeza's Attacke zu explodieren. Ich warte, den Polunga zu sagen, sie solle uns zur Erde bringen. Alle außer Sangoku und Freeza. Du hast Sangoku verlassen? Wie meint's das? Mein Vater kämpft gerade gegen Freeza. Er will Rache für Krillin. Das ist gewagt. Der Kraftunterschied ist groß. Ich glaube, er wird sterben. Fallspiegel und mein Vater wird gewinnen. Was? Ich habe es gesehen. Mein Vater ist endlich ein Super Saiyan geworden. Freeza! Auf geht's! Freeza Schnitzel! So, die Kaioken kann ich nicht mehr verwenden. Zumindest nicht als Super Saiyan. Entfernen. Piccolo. Entfernen. So, jetzt wird nochmal umgerüstet. So, jetzt wird nochmal umgerüstet. ... ... Energiewelle mache ich. Hm, 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 Taioken! So, guck, wo kann ich das jetzt zum Glück einsetzen? So, setze ich jetzt die 5-Fahrt-Attacke rein. Wie noch eine 4.-Fahrt-Attacke? Nein. Okay. Und wie gesagt, speichern wir mal an der Stelle und dann geht's los. Schon bald wird von Namek nichts als stoppend sein. Ich kann nun mal überleben. Du nichts. Die Zeit drängt. Los geht's. Keine Zeit mehr zum Bluffen. Gleich wirst du meine ganze Kraft und Stimmung bekommen. Das ist dein Ende. Mach dich zum Sterben bereit. Mal sehen, wer stoppt. Der Ton spuckt immer an einer Stelle rum. Ich glaube, dass das vielleicht irgendwie so ein Datenfehler ist in der Raum. Keine Ahnung. Der Ton spuckt immer an einer Stelle rum. Ich bin Phasen-Attacke. Frieger aufs Maul packen. Appala. 4 und 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wuh. Höhöhöh. Bleiben wir irgendwie verkackt. Was ist denn Scheiß? Scheiß, meine Fremdung muss erhören. Ey. Das ist aber auch manchmal verkackt. Das ist auch ätzend. Was ist denn, Marerne? Was ist denn, avef!? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Das ist bald fuß Wenn es jetzt war. Untertitelung des ZDF, 2020 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 At least you saw. Hmm. Ich muss, glaube ich, nicht sagen, dass ich nicht um einen Weg traue. Ich muss, glaube ich, nicht um einen Weg, sondern um einen Weg. Ich muss, glaube ich, nicht um einen Weg.